Sie möchten weniger Zeit mit Reinigen verbringen und trotzdem länger saubere Fenster, Autos oder Bäder haben? Die Nanopolymere in der Versiegelung machen die Oberfläche spürbar glatter. Die Folge? Schmutz und Wasser werden durch die unsichtbare Schutzschicht abgewiesen. Probieren Sie es aus. Nanotool wird Ihren Alltag nachhaltig verändern. Verbringen Sie weniger Zeit mit Putzen und nutzen Sie Ihre Zeit für Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind. Nanotool – ein durch und durch nachhaltiges Konzept.